Musik Ich begrüsse Sie ganz herzlich in unserer reizvollen und aufstrebenden Gemeinde. Zu unserer Gemeinde gehören Dörfer Oberutzwil, Bichwil und Niederglatt sowie zahlreiche Villa und Höfe. Die reformierte Kirche von 1766 überragt als Wahrzeichen das Ortsbild von Oberutzwil. Die Gemeinde hat sich den Charme und die warme Ausstrahlung einer Landgemeinde bewahrt und bietet auch gleichzeitig eine ausgezeichnete Infrastruktur. Im Bahnhof Uutzwil halten stündlich die Intercities der Hauptstrecke Genf-St. Gallen. Postautos verbinden in engem Zeittakt Oberutzwil mit dem Bahnhof. Auch dank dem Autobahnanschluss Oberbühren-Uutzwil bleiben keine verkehrstechnischen Wünsche offen. Neben den produktionsorientierten Firmen im Industriegebiet Städeli liegt der wirtschaftliche Fokus auf zahlreichen kleineren und mittleren Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben. Musik Rund 1700 Arbeits- und Ausbildungsplätze finden sich im Ort. Auch arbeiten noch 160 Personen in der Landwirtschaft. Wo früher und teilweise noch heute am sonnigen Hang Wein angebaut wurde, befindet sich heute eine bevorzugte Wohnlage. Die Lebensqualität ist hoch. Oberutzwil mit Recht ein gefragter Wohnort. Auch die einstmals große Zeit der Textilindustrie ist Vergangenheit. Und neue Wohnhäuser stehen, beziehungsweise entstehen heute auch auf dem Gelände ehemaliger Industriebetriebe. Großen Freizeitwert bietet schon die Umgebung Oberutzwils. Auf dem Bettenauer Weiher sind die Oberutzwiler besonders stolz. Doch auch die Sport- und Freizeitanlagen können sich sehen lassen. Und in weit über 100 Vereinen findet man ein breites Spektrum von Freizeitaktivitäten in freundschaftlichem Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger. Spielerisch beginnt das Leben und mit Freude soll es auch in der Schule weitergehen. Zu den Primarschulen kommt das Oberstufenzentrum Schützengarten und vielfältigen musikalischen Unterricht bietet die Musikschule der Gemeinde. Ob Veranstaltungen für die Jugend im Jugendraum Mondo in der alten Gerbi Oder das liebevoll zusammengestellte Ausstellungsangebot des Ortsmuseums Oberutzwil Geist und Seele, junger wie alter Menschen, finden hier im kulturellen Leben, was sie suchen. Erstklassige medizinische Versorgung bieten die Spitäler der unmittelbaren Nachbarorte, der Spitex und die ortsansässigen Ärzte. Und im Ort selbst finden sich Alters- und Pflegeheime, die sich durch sorgfältige Betreuung betagter Menschen auszeichnen. Der harmonische Akkord, der grün dominierten Landschaft mit der Schönheit der Alpen am Horizont, verantwortungsvolles Handeln von Politik und Wirtschaft, Lebensqualität in ländlicher Gegend bei schneller Erreichbarkeit der Metropolen. Oberutzwil bürgt für bald 6000 Einwohnerinnen und Einwohner für eine hohe Lebensqualität. Lassen Sie sich doch davon überzeugen. Informationen und Filmclips der führenden Firmen und Institutionen finden Sie durch Anklicken des gewünschten Logos. Den Firmenclip starten Sie mit einem Klick auf den Filmlink unterhalb des Zentralinserats. Untertitelung des ZDF für funk, 2017